Mr. Flacken Diese Nachladescheiße, dadurch werde ich voll aufgehalten, ey. Alter. Heftig, ey. Dass ich es einfach nicht schaffe. Das nervt einfach. Und ich behalte erstmal die Knarre, äh, die beiden Schuss. Komm, wo sind sie denn jetzt alle hier? Wo seid ihr denn? Da kommen sie doch schon. Ach nee, das ist meine. Ne, hä, wer ist denn das? Kumpel oder nicht? Nö. Scheiße, mach doch. Oh, wow, das war knapp. Das war knapp, verdammte Scheiße. Komm auf, halt. Man, die kommen jetzt alle. Ich muss mich beeilen hier. Ich muss die ausmerzen. Scheiße, jetzt kommen sie, jetzt kommen sie. Lad nach, lad nach. Oh, du Scheiße. Wie soll ich das denn machen? Lauf doch. Na, Mann, das ist doch voll die Scheiße. Oh, ich muss die vorher irgendwie platt machen, bevor die zu mir überhaupt hinkommen. Alter, ey. Das ist echt schwer. Muss ich mal so sagen. Also, ich hab da schon ein bisschen so meine Probleme mit. Äh, äh. Tja, mal gucken. Am besten schon diesen abgefuckten Roboter platt machen, der nervt. Wenn ich mal irgendwas treffen würde, ey. So, der ist platt, okay. Okay. Jetzt ganz schnell diese ganzen Banausen fertig machen. Alle kaputt machen hier. Hallo, rüste doch. Rüste doch aus. Halten, um zu rüsten. Ja, meine Güte, ey. Oh, lad nach. Schnell, 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 schnell. Bevor alle kommen. Oh, scheiße. Andere Waffe. Jack ist irgendwo verwundet. Ganz schnell aufhelfen. Und sie kommen jetzt langsam wieder. Diese Ratten. Wie die Ratten. Wie die Maden kommen sie. Mach sie fertig. Jack, du schaffst es. Jawohl, sehr schön. Nee, Jack ist verwundet. Scheiße. Oh, was passiert jetzt? Ist noch... Oh, ist noch lange nicht überstanden. Jetzt geht's erst richtig ab. Töte sie, Rogue. Töte sie jetzt. Oh, oh. Jetzt geht's wieder los. Jetzt geht's wieder los. Jetzt geht's erst richtig ab hier, Leute. Jetzt geht's los hier, ey. Die Scheiße. Mann, Mann, Mann. Ist der Deck schon wieder verwundet, oder? Was ist denn hier los? Immer wieder helfen. Deserteure und Krüppel. Ja, natürlich. Laber du mal weiter da. Das ist... Ah, das ist Jack. Alter, was ist das denn für eine Kanone? Scheiße. Zwei kleine Turteltauben sitzen im Baum und S-T-E-R-B-E-N. Ja, schön. Jetzt hab ich gar keine Munition mehr, aber da ist was. Sehr schön. So, Jack. Wie oft... Warum stirbst du denn so oft, du Sau? Oder warum bist du so oft verwundet, Mann? Wir müssen echt mal ein ernstes Wörnchen miteinander sprechen. Zwei kleine Turteltauben sitzen im Baum und S-T-E-R-B-E-N. Ja, sterben. Und? Wir leben aber noch, du Sau. Hehehe. So, schöne Munition hier. Immer gut. Alles aufsammeln, den ganzen Dreck. So. Wo ist denn jetzt jemand, den wir umbringen können müssen? Du schießt wie ein Mädchen! Ich schieße wie ein Mädchen, okay. Das Teil will ich mal. Mach dich fertig, du Ratte! Wo bist du? Ich komm jetzt mal zu dir hin. Und dann bist du dran. Habt ihr wirklich geglaubt, ihr würdet das schaffen? Natürlich schaffen wir das. Alter. Mal wie langsam ich bin. Ich geh jetzt mit diesem Mammutteil dahin. Und dann ist das Vieh dran. Oh, wenn ich nicht schon vorher abgeschossen werde. Oh, 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 oh. Ganz schnell beeilen. Ganz, ganz schnell hinter... Hinter... Ehrlich? Ihr schießt beide wie ein Mädchen! Ich mach das Teil fertig, Alter. Wow! Scheiße, Mann. Ganz kurz ausruhen, wenn ich jetzt nicht getroffen werde. Ganz kurz ausruhen. Damit ich nur einen Schuss immer überleben kann. Du schießt wie ein Mädchen! Komm, wenn das Vieh dadurch kommt, ist es dran. Komm. Geh da hin. Ich mach dich platt. Oh, fuck. Jack. Ah, toll. Seine letzte Geliebte hat er getötet, Jack! Das ist ja wohl ne Scheißwaffe dafür. Das geht ja gar nicht. Komm, weg damit. Bist du? Wo bist du, du Sau? Wenn du gleich da wieder bist, mach ich dich platt. Habt ihr wirklich geglaubt, ihr würdet das schaffen? Komm schon, wo bist du? Zeig dich. Na los. Zeig dich. Hä? Was für ein Team! Deserteure und Krüppel! Wo bist du denn? Hallo. Stand doch eben noch da. Da oben, okay. Bewegt sich aber immer. Seine letzte Geliebte hat er getötet. Was war das denn? Hä? Was war das denn? Die hat doch gar nicht in die Richtung geguckt. Boah, dann war es wahrscheinlich ein Bug oder so. Boah, ich könnte kotzen, Alter. Oh, Mann, ey. Die hat wohl so magische Augen oder so, ey. Alter. Jetzt können wir die Scheiße nochmal machen. Krasse Sache, ey. Da dreht man ja schon durch, ne, Leute? Zehntausendmal dieselbe Kacke machen. Ist nicht schön. Ja, schieß du mal. Mir ist scheißegal. Oh, oh. Okay, jetzt ist es doch nicht mehr egal. Fuck. Oh, oh. So, du bist platt. Oh, oh. Nein, beweg dich. Ganz schnell mal ganz kurz Jack aufhelfen. Ganz schnell. Jetzt diese Ratten platt machen. So. Zack. Am besten immer von hier. Es ging ganz gut eben. Okay. Ah, nein. Lad nach, lad nach. Hui. Das war auch schon wieder knapp hier. Toll. Keine Munition mehr. Aber hier liegt was. Jawohl. Die kommen doch gleich, wa? Lad nach, lad nach, lad nach. So, Jack, wo bist du? Ich muss dir schon wieder aufhelfen. Ach, diese Schlampe, Alter. Die mach ich gleich so was von platt, ey. Töte sie, Rock. Töte sie immer mehr. Zwei kleine Turteltauben sitzen im Baum und S-T-E-R-B-E-N. Toll, wieder keine Munition. Scheiße. Alter. Was für ein Team. Wird hier von überall beschossen. Oh, geh weg, geh weg. Uh, Junge. Alter. Nein, nicht. Nein, nein. Oh, Mann, das kann doch nicht wahr sein. Alter. Mann. Wegen dieser scheiß Nachladekacke. Kann der nicht sprinten, ey. Boah, ich dreh bald noch durch deswegen, ey. Sorry, Leute. Alter Vater. Sitzt man hier den halben Tag dran, diese Kacke zu machen? Kann doch nicht sein. Wie, Mann, schaffe ich's noch. Komm, beweg dich. Lad nach. Bam. So. Das hat ihn schon mal richtig schön geschadet, hoffe ich. Oh, Jack, wieder verwundert, Junge. Was für ne alte Sau, ey. Die läuft doch immer rum wie sonst was. Erstmal wie immer diesen Roboter da platt machen, ey. Jack, jetzt steh auf, meine Herren. Fuck, fuck, fuck. Jetzt kommen die wieder alle hierher. Jack, steh auf. Und lenk sie ab. Jack ist immer verwundert, wie kann das sein? Heftig, ey. Oh. So, platt. Alter, werf so ne scheiß Granate. Bam. Nein, ich sterb schon wieder, ich sterb schon wieder. Mann. Weil ich immer diese scheiß leere Waffe hab. Das muss ich irgendwie besser koordinieren. Scheiße. Ist so. Ich krieg's einfach nicht gebacken hier, ey. Aber ich war vorhin schon so weit und dann so ein scheiß Schuss. Oh. Na toll, jetzt bin ich auch noch darunter gefallen. Alter, sitz ich da irgendwie schon ne Stunde dran oder so. Kommt mir zum... Hä? Wieso bin ich jetzt hier? Kommt mir zumindest so vor. Heftig, ey. Komm, bewegt dich. So, jetzt Concentration hier, ey. Schnauze voll so langsam. Bäm. Oh. Schon tot. Sehr schön. Das ist schon mal ein guter Erfolg, würde ich mal so behaupten. Das finde ich schon mal sehr gut. Auf jeden Fall. Schnappen wir uns mal das schöne Gewehr hier. Dann machen wir mal ein bisschen was. Ein bisschen Action hier. Oh. Nicht getroffen. Oh. Scheiße, scheiße, scheiße. Jack, wo bist du? Ich brauche deine Hilfe, Mann. Die kommen alle. Ich treffe absolut niemanden. Das ist doch scheiße. Jack, du schaffst es. Jawohl. Auch wieder keine Munition. Hammerhart hier. Wir haben es bald geschafft. Bis jetzt läuft es ja eigentlich. Knallharter Kampf hier, ey. Töte sie, Rogue. Auch schon, Galina. Töte sie jetzt. Du schießt wie ein Mädchen. Diese Drecksau. Mit ihrer abgefuckten Waffe. Töte Selena, ja. Versuche ich ja, ey. Ihr schießt beide wie Mädchen. Aber es kommen ja immer mehr von diesen anderen Banausen, ey. Jack, verwundet. Meine, ne. Zwei kleine Turteltauben sitzen im Baum. Und S-T-E-R-B-E-N. Ja, ist doch gut. Du brauchst das. Du brauchst mir sterben, nicht zu buchstabieren. Blöde Sau. Machen wir lieber die Fässer kaputt, nicht, dass die uns gleich schaden. Alles Jack immer noch oder schon wieder verwundet oder was? Meine Güte. Ey, wie viele sind denn da noch? Müssen voranschreiten hier. Da ist auf jeden Fall Jack unterwegs. An Jack denke ich immer an Kerle. Seine letzte Geliebte hat er getötet, Jack. Ich höre euch immer was, aber... Steh auf. Meine Güte. Zwei kleine Turteltauben sitzen im Baum. Scheiße. Scheiße. Jetzt bloß nicht sterben hier, ey. Bloß nicht krepieren. An so einer Stelle hier, wo wir schon wieder so weit sind. Schön. Jack wieder verwundet oder was? Meine Güte, ey. Das nervt ja sowas von. Habt ihr wirklich geglaubt, ihr würdet das schaffen?